Willkommen auf meinem Kanal der Skowkanal und heute zum Magitex Freitag zur Sammeldosenvorstellung und also ja wieder Sammeldosenvorstellung von der Serie des 12 2013 damit viel Spaß im Video Heute wie ihr schon im Video gesehen habt die Sammeldose von 2012 2013 ja hier die ganzen Clips also die Karten sind hier drin also machs schon später Sammeldosenvorstellung ja, ich hab bloß noch 1, 2, 3 Sammeldosen, mit der hier sind es noch 4 zur Verfügung zum Vorstellen ja, hier ist noch Aaron Hunt André Schürrle Imbizevic ähm der gerade seine Saison beendet hat Sebastian Kehl Hutneps und Schlautraf ja, ganz genau hier sind die Clips Augsburg, Bremen, Dortmund Düsseldorf, Frankfurt und so weiter hier genau oh fuck da fliegt mir ja glatt die Kamera hier vom Klebeband ich schalte ich schalte hier das mit der Klebeband fest oder das ist zum 2. Mai jetzt abgefallen fest ja, genau mal kurz testen so okay dann macht es für das schöne Ding mal jetzt auf schon 2 Minuten mal gespannt was ich für Karp rein gemacht habe ich sollte schon gespannt hier sieht man schon ein paar Jahre Mittelfeld ja, das ist eine besondere Karte deshalb zum Schluss ein paar Base Karten genau mit der Karten fahr mal an? ne ok na so ok so die erste Karte wäre dann hier Jens Lange Necke ach quatsch Base Karten Matthias Ostrolek Bremen Abwehr haben wir die erste Powerkarte Sokrates Starspieler Doppel Dortmund Abwehr Neves Subottisch Schalize am Ende? ok dann warte mal kurz Frankfurt Abwehr Frankfurt Abwehr dann haben wir hier Konstant Jagdpa ich weiß gar nicht ob der noch bei Frankfurt ist Kräuter Kräuterfurt im Mittelfeld Felix Klaus haben wir hier Kräuterfurt Tor Max Max Grün Max Grün da hast du mich ein etwas kürzeres Video also soll dann noch eins kommen Bayern Mittelfeld Frank Gribberie Können wir stehen Können wir stehen Frank Gribberie das sieht schön aus das grün und das blau und das rote sieht cool aus dann machen wir hier Leverkusen Angriff da haben wir hier von was hier nach hinten steht wie Tops Fußball.deb Tops Bundesliga Können wir sich als Sky Moderator hier qualifizieren oder machen und hier André Schürrle die geilen Tage damals nach Bayern Leverkusen ja der war echt cool und Mittelfeld vom FC Bayern Frank Gribberie den habe ich auch schon mal gezeigt bei dem meinen ganzen Club herunter echt geile Karte deswegen habe ich hier mit hier reingebracht da war echt spitze damals in der Hintenrunde hatte er ja so einen komischen Bart angeblich wegen seiner Frau keine Ahnung was ich damit auf sich hatte weil ich übel scheiße wo er den Bart hatte gibt's geil ja die ganze Base Karten genau 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 morgen morgen müsst ihr dran gucken da gibt's ja Let's Play Part 20 DFB Pokalfinale gegen Wolfsburg Schaut unbedingt rein was geht's noch zu Neues ja ich habe wieder neue Abonnenten bekommen ich habe jetzt 28 Abonnenten echt klasse ich seid spitze da draußen und ja dann sage ich Tschüss bleibt morgen dran gegen Wolfsburg für drei Anfänger ein gleich k k k Vielen Dank.